Rein geht's mit dem neuen David King Skin, der richtig geil aussieht. Ich bin ja ein David Main, wie man wahrscheinlich schon gemerkt hat. Und freue mich definitiv, dass es endlich mal wieder einen coolen Skin für ihn gibt. Seitdem ist wirklich 10.000 Jahre keinen mehr abgefühlt. Aber jo. Jetzt erstmal gegen Doktor Miamore spielen. Welcher Justing? Hallo, girl? Warum bekomme ich jetzt den Hit? Warum bekomme ich jetzt den Hit? Warum bekomme ich den Hit? Danke. Was ein Bezug. Ich weiß nicht, ob das so smart ist von ihm, wenn er das so macht. Aber das sollte ich schaffen, ja. Dann hier, von ihren Hit holen. Danke. Das wolltest du zwar irgendwie gar nicht, aber du hast es gemacht. Ich hab sie so genötigt dazu. Ich hab sie so genötigt, diesen Hit zu nehmen. Geil. Das war für den Anfang. Das war die Rache. Das war die fucking Rache. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt hab, aber Doktor ist tatsächlich längste Zeit über mein Hasskiller in DVD gewesen. Ich hab ihn so lange gehasst. Zur Release-Zeit vor allem. Boah, ich bin gar nicht auf ihn klargekommen. Wirklich gar nicht. Und wir sind alle verletzt. Hm. Das ist halt nicht so geil. Das ist halt gar nicht geil. Ich geh jetzt erst mal ein paar Generatoren kicken. Kommt aber nicht zu uns her. Das ist wenigstens gut. Okay, spannend. Das Ding ist, ich werde jetzt sowieso in nächster Zeit sehr, sehr, sehr viel DVD vorproduzieren, weil ich finde die Spooky-Time-DVD einfach am geilsten. Ich hab Bock viel zu spielen und ich hab auch Bock viel vorzuproduzieren, weil es halt das lustigste Event des Jahres meistens ist. Und dieses Jahr würde ich da halt auch wieder zustimmen. Deshalb ich mich freue, dass wir wahrscheinlich mindestens bis November hier die Spooky-Time feiern werden noch. Mindestens. Eventuell sogar bis Dezember. Aber da kommt dann halt auch schon wieder das Weihnachts-Event. Ist halt auch schon wieder so eine Sache. Hm. Hoffentlich kann der mit Switch jetzt. Nee, okay. Oh mein Gott, das hat mich voll erschrocken. Okay. Er ist da drüben. Okay. Okay, all good, all good. Wir sehen mit Windows da drüben die Palette. Wir müssen natürlich immer noch aufpassen, was ein Doktor Ramiro Moris ist. Deshalb versuchen wir zu outlayen. Und wir nutzen jetzt diesen Loop hier am Arsch der Welt, weil der ehrlich nicht bad ist. Gegen Doktor ist er halt aber natürlich schon ein bisschen schwierig, wenn man die Schocks nicht dodgt. All good. Okay. Er Slowdowns sich dadurch halt auch. Made for this. Können wir da, glaube ich, wirklich gut drumrum lupen. Weil er muss halt wirklich dauerhaft weiter schocken. Ja, jetzt hat er mich. Damit hat er mich. Schade. Ich habe gehofft, der swingt vorbei. Ja, aber mit Made for this haben wir wirklich fett, fett viel Zeit rausgeholt. Wirklich fett viel Zeit. Da poppen nochmal zwei Chains dadurch. Boah, geiler Chase. Geiler Chase. Nice one. Sehr, sehr sick. Jetzt hoffen wir mal, dass die Lady hier herkommen wird. Ist das Ada oder Kate? Ich glaube, das ist Kate. Bin mir aber auch nicht sicher. Ne, ist Ada. Hat kurze Arme. Ja, wurde jetzt auch geschockt. Und jetzt müssen wir hoffen, dass die anderen Males arbeiten für uns mal. Okay, ja. Ich seh's schon. Komm, wir werden first hook sterben, oder? Wir werden first hook sterben, ich sag's euch. Unironisch. Kate arbeitet am Generator. Der Bill ist in der Void-Welt. Und ich komme mindestens Second Phase. Oh, Solo-Q. Meine geliebte Solo-Q. Oh, cool, Kate. Danke, dass du auch mal gereilt hast. Ach so, du kommst nicht mehr für mich. Gobs, Vader. Peter, alles fein. Alles gut. Ja, Bill, weiß ich nicht. Auch nicht so geil gerade, oder? Bill, du kla... Oh mein Gott. Ihr seid alles voll Idioten. Also wirklich, no front, aber was soll ich sagen. Ey, wirklich. Der chillende anderen Welt für drei Minuten einfach mal, hä? Ja, jetzt bin ich halt dann direkt death hook. Er wird wahrscheinlich mich fokussend einfach. Er kommt sogar schon her. Ich bekomme sogar den Hit, was ich dann wird betrug. Ja, ich kann nicht death haben. Ich kann nicht death haben. Sie muss die Hits für mich nehmen. Und sie geht in die andere Welt. Das ist so ein Betrug. Das ist so fucking dumm. Ich muss einfach mit Wait for this hier halten. Das Ding ist halt, ich kann nicht einfach in die andere Welt, wenn sie hinter mir hergeht. Sie muss den Down nehmen. Sie muss den Down nehmen und ihn wegbringen von mir. Das ist wirklich ein Muss. Okay. All good. Ja. Goal, bitte! Ihr trollt doch. Nee, der kommt her. Der kommt her. Ich habe niemanden, der für mich Hits tankt. Er schockt zumindest zu spät. Sie nimmt den Down. Sie nimmt den Down. Ach, du Heilige. Oh mein Gott, ich liebe dich, Kate. Am Anfang hast du mich aber eh schon genug verkauft. Müssen wir nicht schönreden, ne? Oh, wichtig, das zu holen. Warte, wo ist er? Ich höre ihn, glaube ich, rechts von mir. Ja, bin down. Bin death. Oh! Mates, ich brauche euch gerade. Ich brauche euch gerade hinter mir. Okay. Ada, ich brauche nicht dein Flashlight. Ich brauche dein Hick-Take. Ada-Kuss, danke. Danke für nichts, nämlich. Danke, Mates. Oh mein Gott. Danke, Mates. Oh mein fucking Gott. Oh mein fucking fucking Gott. Ich habe jetzt Death-Hick-Tat. Aber ich kann halt rausgeschockt werden. Und sie werden rausgeforst. Sie weiß, dass es nicht eine Uhr ist. Sie muss mir Zeit kaufen. Sie muss mir Zeit kaufen. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich bin nicht fertig gemendet. Ich war nicht fertig gemendet. Warum war ich nicht fertig gemendet? 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 Was habe ich... Habe ich es gerade gar nicht gerallt? Hä? Ich bin doch extra vor dem Geld stehen geblieben und fertig gemendet. Nein, bitte lass mich. Ich war doch fertig gemendet, oder? Hä? Diese Runde. Oh mein Gott. Junge, what the fuck. Ja, GG, trotzdem, what the hell. Einfach fucking nicht fertig gemendet. Einfach fucking nicht fertig gemendet. Ja, äh... Was zum Fick? Was zum verfickten Fick ist gerade passiert? Wie habe ich das gerade verplant? Hä? Ich habe mich doch gemendet? Doktor hatte nur 500 Stunden. Okay, das erklärt einiges. Äh, die Mates sehe ich leider bislang noch ohr nix. Warum habe ich mich nicht fertig gemendet? Was ist passiert? Was ist geschehen? Was ist fucking geschehen? 300 Stunden auch nur. Ja, kann ich nicht mehr zahlen auf die Mates. Am Ende haben vor allem Kate und Ada ja noch richtig gut gebodyblockt. Aber what the fuck? Ey, ich... Ich muss mir das ganz kurz... Ich muss mir das ganz kurz anschauen noch. Ich check's nämlich... Ich rall's nämlich... Ich rall's nämlich ehrlich nicht, was gerade passiert ist. Ja, Leute, ihr habt's wahrscheinlich schon gerallt, aber... Das, was ich weggemacht hab, war nicht Mending. Das war nur... Snap out of it. Ich hab Mending nicht weggemacht. Ich hab nur rausgesnappt. Ich bin nur rausgesnappt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, Leute. Ciao, Leute.